Let's Play Baldur Skate 3 Let's Play Baldur Skate 3 Let's Play Baldur Skate 3 That's what I would pay for Ja, das kann sehr gut sein Ich bin gefesselt Ah, das sind diese Ranken hier Boah Okay Na, schaffst du's auch raus? Hast du die Tafel schon gelesen? Sonst lese ich die jetzt mal Ist unlesbar Achso, Zeit und Elemente haben die Tafel unleserlich gemacht Na gut Okay, wo waren wir hier lang? Wollen wir direkt durch den Tempel, wo uns das Spiel hinführen möchte Oder wollen wir hier nochmal kurz hoch und gucken? Ich würde sagen, nochmal gucken Und hier ist direkt, hier kann man reingucken Etwas unter diesem, okay Diesem Stein In der Mitte, ähm, vor uns liegen auch zwei Rucksäcke Dann vielleicht erst die Rucksäcke, bevor wir runterstürzen Ja, Rucksäcke, nicht in die Ranken Und dann mal links und rechts gucken vielleicht Okay, die haben hier gepennt, ne? Das ist deren Lager, ja, so sieht das aus Guck mal, man kann sich sogar selber hinlegen Okay Ich hab ne Fackel gefunden Ich hab ein Dolch, ein Seil, Rum Hast ja dir jetzt alles mal genommen Okay, kein Stress Dann lass uns noch nicht durch die Tür gehen Guck mal, hier kann man auch die Leiter hochklettern Cool gemacht, auf jeden Fall Und jetzt backt es bei mir kurz Weil es sagt, ich kann nicht weiterlaufen So, jetzt geht's wieder Ich gucke mal hier oben, was geht, ja? Ja, ah, ich, ich, ich hänge grad fest Jetzt bin ich, hm Kameraperspektive drehen hilft manchmal Ja, jetzt bin ich wieder frei Guck mal, hier oben hab ich eine mysteriöse Holzkiste Die leer ist Very mysterious Astarion hat ja schon diebeswerkzeug, ne? Hat er, ja? Wenn nicht, dann doch hat er Heiltrag über diebeswerkzeug, ja Hast du ihn schon ausgerüstet mit den neuen Klamotten? Oder Die musst du ihm anziehen Die musst du ihm anziehen Aber, ähm, die diebeswerkzeuge, die werden verbraucht Sehe ich hier gerade Deswegen hab ich die mal alle bei ihm reingeschoben Ja Aber die sieht noch nicht anders aus Also wollen wir die beiden Dudes jetzt verfolgen, oder was? Die du vergrault hast Wenn wir hier schon mal oben sind Oder wir gehen rein Ich würde sagen, lass mal reingehen Ah, guck mal, da ist auch Lersel, aber, ähm Wo ist Lersel? Bei den, äh, der oberste der drei Punkte Ich seh nur ein Ich seh zwei Ah Dann lass uns da mal hingehen Okay Schauen wir grad mal, was die machen Vielleicht kriegen wir noch einen Gefährten, bevor wir da unten reingehen Innen Ah, jetzt sehe ich den dritten Punkt auch Zoru Zoru Ah, sie hat sich schon wieder fangen, fangen lassen Hm Ah, sie möchte, dass wir sie angreifen Sehr fordernd für eine Frau in eurer Position Warum sollte ich? Täuschen, diese Kreatur ist gefährlich Verschwindet und überlasst sie mir Überzeugen Schießt sie runter Wir müssen sie töten, bevor sie Leid anrichten kann Die Tieflinge angreifen Weggehen Ich würde es mal mit einem Täuschungsmanöver versuchen Find ich gut Charismawurf Ziel ist acht Und Oh, gerade so geschafft Eine Explosion Drückt euch genauer aus Überzeugen Ich brauche dringend Heilung Wo liegt dieses Lager? Nochmal ein Charisma Gut, dass ich Charisma geskillt hab Definitiv Ja, du solltest auch definitiv Der, der, der Sander als Erste mit Leuten Ja Ja, sehr gut geschafft sogar den Wurf Mit einer 16 Schwierigkeit war 3 Northwest Northwest Wendet euch an Nettie Okay Obwohl sie ein Tieflinge ist, sie wirkt sehr sympathisch Jetzt wo sie weg sind, natürlich Sagt schön, bitte Weggehen Wir geben mal den guten Magier Die Tieflinge sind Unglaublich cool animiert Die sehen toll aus Ja Sie ist schon ziemlich Ziemlich bossy Get me down Okay Was bedeutet Geig? Werden Es gibt also Hoffnung für uns Release me and I will share it Release me and you will share it Okay How to release her So, entweder hier gibt's einen Hebel oder sowas Oder hier kann man was runterschießen oder so, würde ich sagen Ich guck mal hier hinten so ein bisschen Ich guck mal bei dem Wagen da vorne Vielleicht finden wir da was Beschädigte Fußangel Aber wie kriegen wir das denn kaputt? Sätze springen zum Herankommen ein Warum trage ich denn jetzt zwei Dolche übrigens? Moment Ich muss mal gucken Ich hab gesehen Du hattest auch eine Rapier mit dem Rapier ist natürlich auch sehr gut Achso, du meintest mit Frangelico Genau, 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 genau Frangelico Aber von mir aus, ne? Also wenn die beiden Dolche mehr Damage machen gerade Ja Soll's das sein Also Kann ich irgendwie ranspringen? Nee Kann ich ein Feuerball drauf schießen? Ich Vielleicht Vielleicht geh ich nochmal kurz hoch auf den Highground Ich überlege, ob man hier irgendwie auf diesen Felsen kommt Der hier, ähm Der hier da, äh, daneben steht Von da aus müsste man eigentlich was machen können Sie soll aber so bossy sein Ja Man soll sie nicht mögen am Anfang Gut, wenn sie ein Heilmittel hat So, 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 so bossy sein, wie sie Möchte Ich habe ja immer noch die Vermutung, dass das Seil da hinten irgendwas Ah, da hinten ist ein Seil Okay, dann lass uns das mal angucken Ja, es muss ja irgendwo ein Mechanismus geben, wie man sie runterlässt Das Taugend zu nichts mehr steht hier Ah, ich habe ein Seil aufgehoben Damage Snare Trap Vielleicht sollte ich das nicht probieren Wolltest du den Käfig abbrennen? Ich habe gerade überlegt Aber ich kann auch nicht irgendwie oben nur den Käfig treffen Sondern nur den Käfig als Gesamtes Ich laufe mal hier ein Stück weiter Vielleicht komme ich ja rum und rauf, weißt du? Ja Ich glaube im Endeffekt auch Wir müssen vielleicht, wir brauchen eine andere Herangehensweise Ah, da kann man noch das Lager gucken Bitte lasst mich rein Automatisches Speichern war erfolgreich Ja Also wir werden sie ja da jetzt irgendwie runterkriegen, oder? Hier ist ein weiterer Wegpunkt Alter Runenkreis Okay, sehr gut Ah, Blick auf die Welt Okay, cool Also ich glaube auch, dass man von da rumkommt Ah, warte Wir haben plötzlich die Quest Free LaSalle Abgeschlossen Gekriegt Ich zumindest in meinem Questlog Heißt das, wir haben es Verkackt und sie ist abgehauen? Lasst es uns checken Sind wir zu weit Weil sie wird uns jetzt auch nicht mehr angezeigt Nee Zum Glück hatten wir gerade ein Autosave Also wir könnten überlegen Aber Können es natürlich auch einfach tragen wie Männer Natürlich Ja, ist sie weg Das haben wir uns zu weit entfernt Okay, gut zu wissen Die Situation will manchmal sofort gelöst werden Ja Und sie ist uns wahrscheinlich jetzt nicht mehr wohlgesonnen Wenn wir sie das nächste Mal treffen Ja Wollen wir hier oben rauf Um uns die Situation nochmal anzugucken von eben Da unten ist nämlich ein Tor Das Lager, klar Frage ist, wollen wir ins Lager Oder wollen wir in diese Ruine rein Die man ausplündern kann Nee, das heißt Dungeon and Dragons, ne? Dann up ins Dungeon Wo, wir müssen nochmal runter dafür, ne? Genau Schade, Lasell hätte ich eigentlich ganz gerne mitgenommen Ja, ich auch Also Wären wir auch zu viert gewesen Aber hey Ich sehe ja auch echt nichts, ne? Nee, ich hätte jetzt auch Ich habe auch nicht gewusst, wie man es sofort hätte lösen können Nee, von hier oben hätte man sie auch nicht runterschießen können Aber manchmal ist das so Hast du Ja Ah, guck mal Hier oben ist ein Mechanismus Damit kann man Das Ding kaputt machen Oh nein, ich bin durch die Ranken gelaufen Soll ich den hier mal losschießen? Warte, ich kann ihn auch Ich kann Ah, so rum Ja, sehr gut Aber wie kommen wir denn da rauf? Kannst du da rauf springen? Super Ich weiß nicht Vielleicht greife ich das Ding mal an Achso, okay Okay, cool Also ich habe nur noch vier Leben Ich würde gerne einmal kurz rasten Um ehrlich zu sein Eine kurze, meinst du? Eine kurze, ja Ja Okay Rin? Ja Schauen wir mal, was Was Donutton hier zu bieten hat Ich würde sagen, springen alle rein, oder? Achso, du bist reingesprungen Ich dachte, wir gehen durch die Tür Ah, warte Ah, okay Dann springe ich natürlich nach Sorry Warte Achso, ist ja So oder so Eingang ist Eingang Untersuchen Stich schaden Okay Ah, hier kann man sich hinlegen Oder was? Auch cool Oh, Gegner Direkt im nächsten Raum Deswegen war das gut Hier rein zu springen Jetzt nämlich Haben wir den Haben wir das Überraschungsmoment So, da können wir jetzt gleich uns richtig positionieren und alles Die Tür ist nämlich noch zu Und du kannst ein paar AOEs Reinschmeißen Wollen wir nochmal rasten? Also ich brauche die Rast, glaube ich, nicht Lange Rast brauche ich gerade auch nicht Okay Wir behandeln ihn jetzt mal als eigenen Charakter im Kampf Hoppla Vorschlag Ah, guck mal Hier sind explodierende Hier sind Ölfässer Direkt hinter den beiden hier vorne Siehst du, das ist eine Ölfass Mhm Schieße am besten als erstes mit einem Feuerzauber aufs Ölfass Das sind auf jeden Fall Gegner, ne? Okay Werden sie dir nicht angezeigt? Doch, 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 doch Aber direkt in Ruhe Ich habe gerade überlegt, ob man das vielleicht irgendwie diplomatisch lösen kann Aber sie stehen ja schon hinter der Tür und warten auf uns Ja, genau Wäre ein Ölfass direkt vor dem Chokepoint auch ganz gut? Ich glaube, das wäre super Und dann kannst du dazu noch Öl, den Spell draufsetzen Und das noch vergrößern oder so Das wäre die Frage, ob erst Öl oder direktes Fass Ach, vielleicht direktes Fass ist ganz gut, ne? Ja Ja Okay Genau Dann öffne es doch mal Okay, und ich halte hier einfach den Eingang Wer ist als erstes? Oh, die Gegner Natürlich Ui Ui, 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 ui Der hat richtig gesessen, Digga Ich habe zum Glück noch meine ganzen Krieger-Skills wie Second Wind und sowas Wenn ich jetzt nicht Okay Du bist dran Kannst du den Punkt einfach halten? Ich glaube, der ist ganz gut Ich kann ja an dir vorbeischießen Ja, ich würde im Prinzip versuchen, hier einfach stehen zu bleiben Sauber Guter Hieb Ähm Wurde er dir schon angezeigt? Was? Der Hieb? Ja Und bei mir hast du den Gegner auch schon getötet Okay Bei mir nämlich noch nicht Dann kann es sein, dass wir gerade irgendwie Dass ich rausgeflogen bin oder so Ah, ne Es hat nur länger gedauert Okay Jetzt bin ich auch Bin ich auch auf Stand Okay Hm Ja, ich benutze hier einfach meinen Second Wind Ja, ich benutze hier einfach meinen Second Wind nur, um sicher zu gehen, dass ich jetzt nicht von mehreren Gegnern gekillt werde Warum hat mein Second Wind nicht funktioniert? Also bei mir wird jetzt nochmal angezeigt, dass du ihn machst Okay Ah ja, ich muss Oh, er hat mich direkt niedergeschossen Also das Also die Art und Weise, wie sie taktisch miteinander umgehen ist echt gut Ja Bei mir hängt das Spiel übrigens gerade immer so einen Schritt hinterher Ich bin immer noch beim Second Wind, Carsten Du lebst bei mir noch Okay Okay Kann er sich verstecken? Alter Wer die da Die einfach umgehauen haben Kann er nicht an dir vorbeilaufen? Ne, er kann Samian? Ja Er kann nicht Ich würde doch eher rausschieben Äh, schießen Denn die kommen auch nicht durch Das heißt, zumindest für Nahkampfangriffen seid ihr sicher Oh, der Typ mit der Keule da, das sieht ja furchteinflößend aus Er kommt nicht weit genug Dann bleibt er einfach da stehen Astarian? Mhm Kannst du nicht Fernkampfangriff machen? Ja, aber er konnte dann nicht durchschießen Ich schieße jetzt trotzdem aufs Fass, ja? Ja Ja, first blood Okay Und dann überlege ich mir mal, wie ich jetzt wieder zu leben komme Oh, wow Ich gehe ein bisschen in Deckung, okay? Mach das Du hast genug gemacht Sie sind echt gerade alle mehr oder weniger umgefallen, ne? Mhm Ja, okay Er schießt dann einfach auf die Tür Oh nein Ich habe die Tür zugemacht Entschuldigung Ach, okay Hm So, ich brauche jetzt Ich brauche jetzt Dringend Heilung Hm Die kann ich hier gerade leider nicht bieten Ja So, dann Ziehe ich mich ja auch kurz ein Stück zurück Dippe vielleicht nochmal mein Schwert Guck mal, dass die zu uns kommen Mache ich jetzt Fernkampf so Boah Mich getroffen, also aber nicht getroffen So, lass mal die Tür zu machen, dass sie da verbrennen, oder? Ja So, warte, als erstes Ich würde nochmal, nochmal kurz raufschießen Achso, sorry Jetzt habe ich mit ihm schon die Tür zugemacht Okay, kannst du die nochmal aufmachen? Ja Ja Ja, habe ich Und schieß nochmal drauf Okay Hat nur noch sechs Leben Fehlgeschlagen Mist Okay Sauber Feuer Da ist noch einer mit 14 Leben Aber wo steht der? Der war in dem anderen Raum, wo er sie reingerufen hat Wenn der kommt, ist er auch tot Achso Aber Ich habe nur noch einen Lebenspunkt Wow Wir müssen so oder so jetzt gleich rasten Na ja, da kommt da der Andorn Soll er mal machen Na kommt er endlich, okay Ich würde mal was ausprobieren Ich würde mal was ausprobieren, ja Ich würde mit ihm rausgehen Und mich verstecken Für einen hinterhältigen Angriff Was hältst du denn davon? Oh, mit dem Schurken macht das Das ist eine gute Idee Oh, mit dem Schurken macht das So Das Fett fängt auch sofort Feuer Sehr gut Und dann bis Ich bin fertig Bist du mit deiner Aktion schon fertig? Ja, bei mir ist das Spiel sehr langsam Ja, okay, es geht aber weiter Oh, er hat uns sofort entdeckt Ich sehe gar nicht, dass er schon da ist Oh, der hinterhältige Angriff war gut Komm ich da jetzt irgendwie Ich bin hier in die dran vorbei Ohne mich zu verletzen Nee, gar nicht Oh nein Ich bin ins Feuer gelaufen, oder? Nee, ich stehe da noch Oh Gott, bei mir lag das gerade so richtig Nice du wärst jetzt glaube ich dran da hat er mich gedauert schon wieder okay aber jetzt kann ich wenigstens im nahkampf fahren so wir müssen unbedingt rasten ja lass uns wieder in das zimmer gehen und rasten aber erst mal diese ganzen leute hier luten jetzt nämlich ganz ganz viel zeug die haben alle nix ja die die ich schon gelutet habe habe nichts aber guck mal unser gemeinsames inventar die lederrüstung können wir ihm vielleicht geben ja so dann schicke ich die lederrüstung war zu astarion kann dein charakter lederrüstung tragen so was haben wir noch so kurz bürgen okay alles nichts nichts besonderes als zu verkaufen geht zwar ein keuler aber dass man man lang schwert einfach besser kann ich ihm auch noch ein kurzschwert geben logisch jetzt trägt er zwei kurz später in jeweils eine hand und dann würde ich sagen machen wir mal eine kurze rast hier eine lange ja 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 definitiv eine lange schlieb so hoffentlich bleibt doch hoch huch da müssen sie noch mal dran arbeiten ich glaube auch ja das ist jetzt unsere campsite und okay na egal ist wahrscheinlich so eine eigene plane ich würde es vorziehen nicht zu sterben ein messer das geht schnell gift klingt schmerzlos versucht es und ich verteile eure gedärme ich weiß nicht ich würde es vorziehen nicht zu sterben wenn ich wählen müsste wie ich sterben würde dann würde ich doch gerne vergiftet werden ich mag den charakter sehr gerne stimmt aber das wird nicht passieren das darf es nicht und ihr wie soll ich euch töten weggehen ich weiß nicht ob man so ein timer hat wie oft man schlafen darf das weiß ich auch nicht bis die larve kommt so alle wieder ausgeruht zurück teleportiert woher steht ein neues fass okay das ist neu gespawnt ich schaue mich mal hier schon in den nächsten räumlichkeiten um ich hoffe das ist okay das gefühl wir haben dass das dann so ziemlich vor einen schlag getötet ah guck mal tür zum knacken vielleicht no lock no handle how does it open also nee das ist nicht zum knacken sondern wahrscheinlich was anderes aber vielleicht kann das unser unser guter no lock no handle how does it open yeah maybe you use one of your your favorite skills hier aber nee warte ich zeig dir zeigt ja wie man das wie man das wie man das öffnet tada warrior smash oh ich habe auf die tür geklickt sorry wir sind in einer neuen kammer tagebuch aktualisiert warte ich kann euch beide nicht mehr sehen wir sind im nördlichen nächsten raum die lehrling des druiden es gibt in der nähe ein lager wo eine gewisse netti angeblich jede wunde heilt sie kann uns vielleicht helfen den parasiten zu entfernen okay das hört sich gut an ja vielleicht ist das sollte das unsere main quest sein ich glaube hier mal um die ecke ich glaube wie gesagt nicht mehr dass hier noch was ist also an gegnern ich gehe mal mit dem kollegen hier in die andere richtung hier ist so eine kleine kapelle da waren wir ja das ist die kapelle die da drunter liegt okay mit diesem text naja über die götter oh ich habe ein buch gefunden the sun has just fallen below the horizon when i first heard its call a thousand reed pipes at once whistling in a single beautiful terrible song ulu talong said jaw it's coming jaw dropped her peck and scurried up the nearest bidder with a bit more effort i climbed a tree on my own and the two of us survived the grassy ground beneath ah whoo there was it again above and beneath and all around so close my skull vibrated from the sound the ferns and foliage under my rippled and saw it jaw head finger to her lips to demand my silence and in one motion it snatched her a vine a tentacle it hardly mattered the hunter had found its prey jaw screams swelled then fed it as ulu talong dragged her away okay scheint eine spannende geschichte zu sein wir können das buch leider nicht mitnehmen eine opulente truhe oh das soll man und es ist nur eine schale drin ja ich würde sagen overkill um eine schale zu lagern ja definitely okay wollen wir jetzt hier dann einmal rechts hoch gehen ja mach was ich dir sage okay okay ja hier nein heißt nein wow sorry verschlossen schloss knacken zack geht doch sehr gut hat nämlich unendlich viel leben hätte ich nicht töten können okay dann sind wir wieder hier draußen ja dann lass uns in das dorf gehen oder warte warte wollten wir nicht netti die druidin finden ja ja das ist doch da nordwest das ist doch den den wir gefragt haben war die druide nicht irgendwie in dem anderen dungeon wo wir gerade hier durchgekommen sind hatte ich das nur falsch ne also der dude der tiefling vorhin ne als wir es bei la selve verkackt haben meinte sie ist nordwestlich genau aber jetzt hier unten hatten wir doch netti so eine druidin gefunden als wir durch eine tür gegangen sind ne ist sie da unten gewesen hab ich das nicht mitbekommen ich dachte was war denn das wo wir durch die tür sind und die cutscene hatten und dann nicht weiter gegangen sind das da konnte man rausgehen aber lass uns gerne noch mal reingehen ah ok gut wenn es dann noch raus geht naja lass uns lieber noch mal sicher sicher checken also ich meine auch da kommen wir irgendwann nordwest raus ne ja gut sonst nehmen wir jetzt anderen ausgang ist ja eigentlich wurscht ist das hier richtig ne das ist nicht richtig ne das ist der nächste da wo du die tür zerstört hast naja finde ich ja geil das blutfeuer löscht ja ne das krügel gemacht muss halt genug gut sein die klamme gruft hier ist noch eine operierte truhe guck mal 20 gold 2 sogar nice naja naja oh nein was äh gott ich bin grad irgendwie in die wand in der wand verschwunden ich quatsch die ganze zeit meinen gefährten an haha ok so jetzt jetzt bin ich wieder mal aus der wand raus schwere eichentür wollen wir die aufmachen ja ein sarkophag wahrnehmung erfolgreich oh wir müssen ähm da was rauf stellen ja auf diese gas ähm grube oder auf die leitfaden des beobachters ungewöhnlich zweihändige nahkampfwaffe das ist ne stichwaffe mit da kann man ansturm kriegt man dann wir nehmen es auf jeden fall mit und ich habe einen schlüssel gefunden sehr gut äh was gerade passiert ihr hattet gerade zwei rettungswürfe was ist hier auf dem boden also das ist dieser dieser wend der da ist ne den müssen wir irgendwie abdecken und ich glaube wir haben ihn nicht abgedeckt welcher wend hier der neben mir ist ähm weiß nicht man kann nicht der gullideckel ah ok da hat es uns gewarnt dass wir es rauf stellen müssen frage mich wie das geht oh ok ein brett tut es nicht bleiben wir jetzt hier und sterben oder ich also wir kriegen ja noch nicht wirklich schaden ich meine können wir uns wir können natürlich auch uns in sicherheit bringen aber da hinten ist netti die druiden ok ok warum kann ich mich nicht behalten ah warte wahrscheinlich müssen wir die vase da rauf stellen oder achso ja weil wir im turn-based waren holy ok ok so wir müssen weg alter soll ich mal feuer vielleicht drauf schießen also das hat grad tutorial mäßig gesagt dass wir diesen gullideckel abdecken müssen ok ok ja ich ich bin schon wieder nur noch bei einem leben ei 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 boah unbedingt ein heiler ja unbedingt cleric klingt gar nicht mehr so schlecht ja ne hab ich mir auch grad gedacht vor allen dingen weil äh die äh gott ich vergesse immer den namen ne geht die yankee frau die wir nicht retten konnten ja auch ne kriegerin war ja ja aber womit decken wir das denn jetzt ab so ich hab jetzt hier so ne vase dabei gucken wir ob ich das da rauf stellen kann ich mein ich hab jetzt auch noch keinen knopf gefunden um was irgendwo zu platzieren bleib mal stehen ja mach mal nichts ja ok die feuerdinger hören nicht auf auch wenn man das fett anzündet ok hab's nicht geschafft das da drauf zu droppen boah es sieht nach etwas was wir worauf wir hier gar keinen bock haben ne also ich kann da nicht durchlaufen shit wir haben doch tränke der feuerresistenz oh ja müsste nur warten bis es aufhört zu brennen glaube ich aber auch dann ist es ja nur feuer wir sind ja dann resistenz ach ja aber dann kriegst du ja noch halben schaden und ach das ist ja immer noch schaden und hinter der tür ist netty gibt's hier vielleicht irgendeinen mechanismus muss vielleicht der rogue an den ghoulie deckel ran kann das sein ich probier das mal entschärfen verwenden ne oh entschärfen aber entschärfen ist nicht mehr ist keine option mehr ist das eine timing geschichte dass wir schnell genug da durchlaufen müssen kann sein aber das brennt halt zu lange wir können nicht durch dieses brennende ähm also ich probiere mal hier gerade mit dem rogue was und zwar einfache illusion zaubertrick vielleicht kann er ja damit was machen ölfläschchen raffinierte aktion bonus aktion verstecken bleibe im schatten eintauchen bonus stoßen werfen bewusstlos sein ne er hat ja auch nichts kurze rast machen dann brennt es vielleicht nicht mehr ja lass uns mal ne kurze rast machen ok das leben brennt immer noch ne er brennt immer noch ja hast du ne idee also ich meine ich könnte es versuchen mit dem potion of fire resistance und dann wäre ich alleine durch aber vielleicht müssen wir hier später wieder kommen ja dann lass uns vielleicht nochmal raus gehen ok merken wir uns hier ist nettie die uns vielleicht heilen kann wenn sie uns nicht zuerst eigentlich wollen wir hier wirklich schon hin ne also absolut ja aber wenn sie uns nicht zuerst mit feuer tötet das ist halt auch wahrscheinlich ist es ein einfacher trick wie man wie man ähm ja gibt es hier draußen denn irgendwas hier ist eine verschlossene tür soll er mal gucken ob er die aufkriegt ja guck mal ich schaue mir das nochmal bis hier hinten an geöffnet brennt immer noch alles nicht hallo ja ok lassen wir jetzt erstmal und schriftrolle der brennenden hände ein besserer kampfstab ja perfekt ein tooned warrior guck mal das ist das Religionswurf erfolgreich ein scimitar das ist das und dann haben wir hinten noch eine leiche zu plündern oder ja eine haben wir noch sogar noch eine leiche checkst du die ja und eine truhe ich gehe hier schon einmal links lang hier ist eine ein knopf ok du kannst ähm schriftrollen auch auch benutzen um ein spell zu lernen ne oh gott ich brauche hilfe ich brauche hilfe ich habe hier gerade eine tür aufgemacht und es kommen uns zombie gegner entgegen bei mir sind plötzlich welche auf gestanden als ich gelootet habe ja ah ok ok dann komm einfach wieder zurück rein wir sind direkt im kampf modus ich sehe ich sehe erkenne den kampf noch nicht genau ich sehe die gegner noch nicht genau ich sehe die gegner noch nicht genau ok von der von der aufteilung ich habe einen direkt vor mir den ich töten müsste dann hast du vor dir zwei ja die eng zusammenstehen und dann ist ähm links von denen ist dann auch noch einer in so einer galerie oder hinter so einer mauer ah sehr gut da hat seinen rettungswurf glaube ich nicht geschafft und jetzt bin ich ok vielleicht kommst du ein bisschen runter ja ich überlege ob ich ob ich in die mitte dash gebe ich einen angriff auf aber komme ich hier ohne gelegenheits angriff durch glaube ich muss so laufen ok ich jetzt noch was cooles machen ne uiuiui ok ok es waren nur drei schaden ist ok es gut ist du kannst gleich vor dir alles in brand stecken wenn die zu dir kommen ja Oh, du musst da unbedingt weg, glaub ich. Oh, ich schlafe. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Silence auch nicht gut. Uiuiui. Okay, das heißt, ich habe viele Debuffs, aber so viel Schaden habe ich noch nicht gekriegt. Zwei Runden schlafe ich noch. Oh nein. Oh, ein Damage hat er Gott sei Dank nur gemacht, aber... So, ich muss gegen die jetzt kämpfen, aber ich kann zum Glück zwei und auf einmal Schaden machen. So, jetzt benutze ich meine Action-Search. Kriege ich noch eine Aktion und haue den anderen noch um. Oder auch nicht ganz. Kannst du dich noch bewegen? Nee, ne? Ein bisschen noch. Super, weggekickt. Sieht aber echt cool aus, ne? Ah, hm. Hm? Ah, he's not sleeping. Oh nein, das war ein Vielschlag. Oh, dammit. Ähm, hm, 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 hm. Ich muss hoffen, dass er dich nicht trifft, oder? Ach, Gott sei Dank. Ich laufe einfach ganz mutig weg. Okay, ich bin wenigstens aufgewacht. So, ich heile mich erst mal. Oh, nur drei. Lähm. Okay. Du hast direkt vier Leben wieder verloren, dadurch, dass du im Feuer stehst. Wow. Okay, ich geh jetzt um die Ecke und geh zu dem Fernkämpfer, der mir, oder dem Magier, der mit ganzem Sleep raufhaut. Astorian schleicht sich jetzt hier mal. Ist der Sneak Attack auf dem mit Silence? Ja. Aber er ist zu weit entfernt leider noch. Sneak Attack geht auch als Fernkampf. Ah ja, sehr gut. 85%. Konzentration verloren, sehr gut. Wie das lief. So, wie viel Leben hat denn der noch? 13 Leben hat der noch. Ich glaube, ich muss den auch versuchen zu sleepen. Hat es ihn gesleept? Bei mir ist es nicht angezeigt. Ne. Das gibt es ja gar nicht. Ne. Aber, wenn du Rechtsklick und Examen machst, er hat die Condition pinned down und ist damit langsamer als sonst. Das heißt, wahrscheinlich kannst du weglaufen. Kannst du nur gucken, hast du ohne Gelegenheitsangriff? Fehlgeschlagen. Yes. Sehr gut. Vorbeikommst. Okay. Er brennt nicht mehr. Ha! 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 Oh Gott, ich hab ganz wenig Leben. Oh Gott, ich hab ganz wenig Leben. Oh, die Druiden. Vielleicht kann man die rekrutieren. Kann das sein? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Das wäre auf jeden Fall die Heilerin, die wir bräuchten. Boah, ich hab ihn wirklich auf 1 nur gekriegt. Ha! Ha! Aber er brennt. Nix darin ist er tot. Ich hab grad einen auf 1 und einen auf 2. Boah, die bringen aber gute Erfahrungen auf jeden Fall. Ja. Ah, Jump ist gleichzeitig der Bewegungsmodus, der keine Gelegenheitsangriffe produziert. Okay. Über mir ist jetzt so ein komisches Symbol, ein Ausrufezeichen. Bei dir auch? Was bedeutet das wohl? Hm, vielleicht hab ich eine Quest für euch, wer weiß. Wollen wir nochmal versuchen zu Nettie zu gehen? Also, warte mal. Ja. Wir checken jetzt hier erstmal die Räumlichkeiten. Ne, ich hab das ja aufgemacht, hab das ja ausgelöst. Also hier wird ja irgendwas sein. Ja. Ein Sarkophag. Die verlassenen Ruinen. Eine mysteriöse Figur. Oh. Oh. Ein Untoter. Ah, der Knopf, den hat sie gedrückt, wa? Ja. He. 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 Angreifen. Äh. Er hat also gesprochen. Was meint ihr damit? Ich würde jetzt einfach mal ihn nicht beleidigen. Ne? Also ich meine... Ja. Wir laufen mit einem Vampir Rogue rum. Aber das ist jetzt nicht wichtig. Wird ihr meine Frage beantworten? Wird ihr meine Frage beantworten? Ja, frag nur. Ich bin euch keine Antwort schuldig. Angreifen. Weggehen. So. So nicht. Ich frage wieder. Was ist der Wert eines seines mortales Lebens? Kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Wir sind alle gleich. Das hängt von den Taten einer Person ab. Leben ist nur als Währung zu gebrauchen. Nur das zählt. Jedes Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung. Hängt von Sterblichen ab. Der Elf. Manche leben viel länger als andere. Das kann ich nicht vergleichen. Willst du einen Tag fliegen? Ich finde meine Antwort eigentlich ganz geil. Ich finde es auch gut. Ich überlege auch, was der Charakter auswählen würde. Entweder das oder ... Ich meine, das ist ja ein weiser, belesener Charakter. Vielleicht ist die Gleichberechtigungsthema hier. Kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Auch gut. Oder das hängt von den Taten einer Person ab. Mhm. Ähm ... Das ist auf jeden Fall keine sehr egalitäre Welt, sagen wir es mal so. Nee. Ich gehe mal mit den Taten. Ich bin sicher, dass du so glaubst. Sehr gut. Ich bin zufrieden. Alles gut. Wir haben uns kennengelernt. Und ich weiß dein Gesicht. Wir werden uns wieder sehen, in der richtigen Zeit und Zeit. Oh. Auf Wiedersehen. Ja. Und er haut einfach rein. Scheint. Wieso läuft? Okidoki. Nun gut. Ähm ... Bevor wir wieder zurück zu Netty gehen und herausfinden, was diese Ausrufezeichen über unserem Kopf bedeuten. Ähm ... Würde ich sagen, machen wir eine kleine Pause an der Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Spielen schon mal, Julian. Ja. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Runde auch noch dabei. Ja. Und wenn es euch, liebe Zuschauer, gut gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach den Channel. Ganz einfach, einfach auf die Abonnieren-Taste drücken rechts unter dem Video. Das unterstützt uns und den gesamten Channel natürlich total, damit wir noch mehr besseren Content für euch produzieren können. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt einfach dran. Ansonsten, wenn ihr Tipps für uns habt oder wissen wollt, wie wir vielleicht anders oder besser spielen sollen, dann hinterlasst doch gerne einen Kommentar. Ansonsten bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Cheers. Bis dann. Vier neunz.